hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft reset mit dem pierre hallo und wir waren direkt wieder zurück haben jetzt ungefähr ein stack zusammen also beide zusammen halt eben und das müssen wir noch hier nach oben sind wieder in unserer base da können wir uns wieder ein bisschen um das zucker ich würde jetzt schon mal anfangen dass wir jetzt das zucker raus jetzt stehen haben dass wir stehen und dass wir wachsen aber alles was jetzt über was jetzt überkommt mehr quasi und man daraus schon mal bücher dass wir überhaupt erstmal hochrechnen können ich glaube wir brauchen wirklich drei und für ein papier oder so was ich muss dann mal nachgucken ich habe keine ahnung deswegen glaubst du es ist dunkel draußen ja es ist dunkel draußen ich war so ein bisschen die viecher wissen wo wir sind das ist immer so das problem wenn wir risiko 321 das müssen wir wohl oder aber dann jump ich da raus und dann gehen wir mal nach ne richtung zu dem auf dem les ist aber nix easy Vor unserer Haustür kämmt irgendwas, juckt mich aber nicht. Zünd'n wir uns. Hui. Kommst du? Wo bist du denn? In unserem Haus. Ich wollte gerade direkt pennen gehen, aber gut. Kannst du auch erst klatschen, wenn du Bock drauf hast. Alter, unsere Nether-Wartzen. Jo, wahrscheinlich. Pennen oder? Ah, okay, doch nicht. Ist ja auch scheißegal, im Endeffekt. Egal. 15 hab ich. Hast du nur? Ja, ich hab nicht viel eingesammelt, glaub ich. So. Ist ja auch egal, du hast bestimmt genug. Flachst du? Hast du ein Stack? Ja, hier bitteschön rein, haben wir genug. Ach, geil. Da müssen wir uns noch, ähm... Das hab ich noch gar nicht... Hab ich schon total vergessen. Machen wir mal hier grad an der Stelle. Was denn? Ja, unendliche Wasserquelle. Ähm... Der ganze Cobblestone hier weg, an der ganze Scheiß... Ach, feige. Die, 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 diese vier Block großen sind nicht und nicht sechs. Brauchen die denn? Ist ja vier Block nur, reicht ja. Ich wollte ihnen die Wand nicht machen. Dann muss ich Holz machen. Mach du hier in der Ecke? Ja, du da. Dann ist, passt das schon. Jetzt nimmst du dir wieder einen, dein raus. So, jetzt nehmen wir mal wieder raus. Perfekt. Pam. So, ob sie ihn packt, ich mal hier rein. In die Wertvoll-Truhe. Wir haben noch einen Eisen. Na gut, hab ich jetzt mal hier in der Fleisch. Also, lass noch mal dein und dann nichts machen. Ja, können wir machen. Dann, würdest du dir machen? Ja, zauberung. Ja. Dann geh ich noch mal grad... Achso, wir haben noch nicht geschlafen, ne? Es ist dunkel draußen. Ja, erstmal grad schlafen gehen. Achso, doch, es ist... Wir haben geschlafen. Okay, läuft bei uns. Haben wir nicht. Äh, ist es so wie der Helge? Ah, ist ein Creeper, chillt hier rum. Läuft bei denen. Ich weiß aber noch, dass, ähm... Gau mal. Yo, Alter. Wie viel haben wir denn? Also, gar nichts. Nice. Nee, wir haben auch nichts. What the fuck? Der Creeper ist ja explodiert, hat nichts in die Luft gerissen. Warum denn das? Der zweite. Hä? Ist irgendwie grad ein Bucket, äh, die, die Blast. Hat, hat ein Creeper schon mal irgendwas bei uns kaputt gemacht? Ja, ne? Wir machen, wir machen, machen Schaden, ja. Weil der eben grad hier nichts beschädigt hat. Okay, läuft bei dem. Wahrscheinlich war ich... Der hat hier, der ist hier grad drin explodiert, hat nichts gemacht. Keine Ahnung warum. Ich hab grad schon gedacht, da wird ja irgendwas umgestellt und irgendwie... Ja, aber hier hat er grad Schaden gemacht, wo ich grad da bin. Okay, dann war das irgendwie wohl nur... Ja. Kann manchmal passieren. Ja, jetzt haben wir aber genug hier. Weil jetzt sind die richtig hochgewachsen. Geil. Mal grad hier gucken. Hier stehen bestimmt noch irgendwelche drin, wo ich grad war. Zack. Ja, jetzt hab ich 30. Und wo ist der Rest hier, den du vorhin abgemacht hast? Ja, die hab ich hier wieder hierher hingesetzt gehabt. Die ganze Zeit. So. Jetzt haben wir 30 Stück, aus denen wir effektiv mal was rausholen können. Da mach ich erstmal, äh, Leder, Leder, Leder. Da mach ich direkt Bücher. Zwei Bücher, aber ich würde den lesen. Ein, oder? Ich weiß grad nicht. In zwei Diamanten, ein Buch war's, genau. Genau, ja. So, Papier brauchen wir dafür, ne? Ja. Gut. Wir brauchen auch immer noch ein bisschen Zucker, wenn wir uns... Ah, nee, Speedtränke brauchen wir nicht. Wir brauchen nur Heilungstränke und so ein Shit. So. Also, ich hab jetzt zehn Bücher machen können. Wir brauchen ungefähr... Nehmen wir mal zwei. 40. Äh... Hinter dir. Du hast doch gesagt, eins, oder? Ah, mancher. So, dann mach ich schon mal drei Bücherregale draus. Äh, Holz hab ich im Inventar. Nein, hab ich nicht. Äh, Holz. Also, brauchen wir noch richtig übertrieben viel. Da brauchen wir noch... Äh, drei Stück haben wir. Und wir brauchen 14. Also, haben wir noch was vor uns. Pam, pam. Hast du wieder einen Erfolg? Verzauberer. Awesome. So. Ja, ruchen Sie dann. Da, wieso hab ich fast nichts zu essen dabei? Wollte ich gar nicht. Wie hab ich die mal gesetzt? Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und dann mal zwei. Die Ecken hab ich frei. Hab ich, äh... Keine Bücherregale gemacht. Genau. Aber frei gemacht. Was haben wir für ein Level? Höchste Level ist sechs. Ja, nicht viel. Nichts quasi. Neun bei mir. Ja. Gut, ein bisschen mehr vielleicht. Dann müssen wir halt noch ein bisschen warten. Ja gut. Läuft bei denen. Die Wix sind nicht mit Knochenmehl hochbruschen können. Stimmt. Geht nicht bei denen, ne? Hat der? Ne, ne. Bei allem anderen sind wir nicht bei denen. Schade. Zwei Stück haben wir nur. Oh Gott. Das zieht sich natürlich jetzt ein bisschen. Äh... Man kann noch ein bisschen was mit... Auf jeden Fall noch brauen. Und ich hab auch mal überlegen, was was nochmal kostet und was was ist nochmal. Was nötig ist. Also sowas wie, ja, Stärke gebrochen wird. Vielleicht. Wäre ganz gut. Ein paar, nicht viel, ein paar. Auf jeden Fall Heilung. Oh, ja. Heilung ist auf jeden Fall Heilung. Zwei ist wichtig. Und Splash Potions auch. Mal eben grad hier die elf Schwarzpulver auch da hier reintun. Dass die nicht verloren gehen. So. Ja. Und... Achso, wir brauchen mal ein bisschen... Haben wir Sand? Ne, ne? Äh, ne. Ja, müssen wir mal grad ein bisschen holen für Glasflaschen. Ähm. Hier war doch irgendwas in der Nähe, oder? Weiß ich nicht. Da wo das Loch war, war auch ein... Ach, hier ist ja direkt perfekt. Wir brauchen ja nicht so übertrieben viel. Ja, keine Ahnung. Ist der kreis bestimmt da raus haben. Das ist ja mal drei. Äh, wohl, ne, nicht mal drei. Na gut, ist aber egal. Passt schon. So viel Glasflaschen brauchen wir jetzt auch nicht dafür. Da oben ist ein Creeper, ja. Warum guckt der Huren sonst... Der guckt uns an, aber kommt nicht zu uns. Lappen. Ich geh ein bisschen zurück und schon chill da. Ja, ich hab jetzt ein Stack. Und tschüss. Lass schon mal weit brennen. Ui, Knochen. Brauchen wir die für irgendwas? Ne. Knochenmehl. Ja. Brauchen wir Knochenmehl? Nö. Nö. Brauchen... Och, wir brauchen Chickens, Alter. Oder, ja. Oder halt eben verzaubern und hoffen auf unendlich. Was eigentlich sogar sinnvoller wäre. Oder wahrscheinlich einfacher zu bekommen wäre. So. Kohle. Wo ist Kohle? Äh, Kohle nehmen wir mal hier ein bisschen raus. Da 10, da 10. Perfekt. Wir sind ja jetzt schon hart am Craft, Mann. Das ist richtig nice. Dann müssen wir nur noch braun. Verzaubern. Und dann haben wir das eigentlich auch schon. Den Rest, was wir haben wollten, haben wir auch. Mit Obsidian-Plöcken und so'n Bullshit. Ja. Dann nur noch die neuen Schwerter, genau. Äh, die wir dann auch verzaubern wollen im Endeffekt. Ich brauche halt eigentlich... Ich brauche nur ein paar Level mehr. Im Endeffekt. Stimmt, ich habe nur 25. Im Endeffekt. Ja, sorry. Äh, ich habe nur 25. Das ist scheiße. Egal. Ich habe fast 35. Ja, weiß ich. Ja, gut. Mein Schwert ist noch schlecht. Ich bin schwarz. Du bist schwarz. Ja, ich renne hier mal gerade rum und kille ein paar Creeper. Ich habe jetzt die Witch. Ich habe die nicht gesehen, deswegen. So. Oh, die sind Leute, die spawnen Schweine. Ja, die Chiekel. Ja, gut. Ja, wenn wir auf der Zaubergebrauch keine Hühnchen, aber... Wäre trotzdem erstmal geil, so lange wir noch nicht beides safe für unendlich haben. Also aufgrund der Feilknappheit sollte auf jeden Fall mal eine von uns beiden Unendlichkeit kriegen auf dem Bogen. Weil dann hat der zweite wenigstens mehr Pfeile. Jawohl. Ich konnte die Witch töten, ohne dass ich mich... anbitchen konnte. Anbitchen. Wird gleich dunkel wieder. Gleich. Nicht jetzt, aber gleich. Wir haben hier noch eine Kuh. Ich lasse nur noch kurz leben. Die Kuh macht. Uh. Na, komm, brauchen wir eigentlich nicht, oder? Ach, nee. Bullshit. Ich habe gerade überlegt, glaube ich, ob ich mal noch einen Eimer mache und... ...hatt eben, um mal Milch zu holen von der Kuh. ...dass wenn wir irgendwelche Effekte kriegen von zum Beispiel solchen Viechern wie, äh... ...hier. Deinen Freunden gerade. Bitches. ...dass man das, äh, ändern kann, aber gut. Ähm... Es wird dark. Na, ist doch schön, da kann ich noch ein bisschen Level farmen. Das ist das, was ich halt auch brauche jetzt noch. Okay, ich kann mich auch dann auch schon mal irgendwie nebenbei informieren, wie danach, äh... ...hab ich das Bild noch irgendwo hier auf dem Desktop? Natürlich habe ich das nicht auf dem Desktop. Ich hätte mir hier dieses Verzauberbild... ...und das habe ich nicht mehr. Ach, ja. Okay, die andere Tastatur geholt. Dann guckt man mal Minecraft-Wiki nach... ...Minecraft... ...Wiki. Guckt man mal nach Verzauberungen. So. Die offizielle Quelle, bla bla bla, juckt mich nicht. Ich will die Verzauberungen sehen. Nice. So. Verzauberungen. Ver... ...Zau... ...Bern. Hammer, nice. So. Ohne Scheiße, wir kommen echt immer weiter, das ist geil. Ähm. Ja, komm. Ja. Zeig mir die ganze Scheiße, Mann. Wir sollten uns nicht zu früh freuen. Ja, ähm, ja. Keinen Bock zu sterben, also... Wo ist unser schönes... Ja gut, gibt der Alex Verzaubern ein, anstatt was er eigentlich wollte, was war. Brauen. Brauen. So. Da haben wir doch unser schönes Bild. Also, was ergibt Sinn für uns? Das ist jetzt die... Das ist jetzt die große Frage. Ähm. Nigger. Feuerresistenz ergibt nicht so wirklich Sinn. Nein. Ähm. Stärke. Heiltränke. Stärke und Heiltränke. Zwei direkt. Äh. Genau. Das ist eigentlich das einzige, was wir brauchen. Trank der Regeneration hätte auch noch Style. Das hat auch noch Style. Also, ja, genau. Ah, okay. Nee, doch nicht. Okay. Hat sich erledigt mit Regeneration. Dafür brauchen wir Gasdrehen. Haben wir welche? Nö. Keine aufgesamut. Nein. Haben wir nicht. Aber das wäre geil. Dann würden wir regenerieren, Mann. Gut. Denselben Effekt haben wir auch mit Äpfeln, aber halt im abgeschwächten Maße. Können wir auch nichts haben. Wir sollten ein paar Mal Äpfel haben. Gold haben wir eigentlich genug, weil ein OP-Apfel ist Bullshit. Normale Äpfel reichen. Wenn es jetzt dunkel wird, kriege ich jetzt mal mit so was schlachten. Aber wir können auch noch ein paar Bäume mal noch fällen, wegen Äpfeln eben. So. Es ist halt noch nicht dunkel. Ah, jetzt wird es dunkel. Sehr gut. Ja, die Sonne macht gerade einen Abgang. Das ist schön. Boah, irgendwie meine ganzen Geräte fast kaputt sind, aber das ist eigentlich auch scheißegal. Das kann ich mir eh neu machen. Mö. Läuft bei mir. Ja, komm, schon, wer ist dunkel, Bitch. Ich brauche Level. Das hier kann auch mal schneller wachsen. Das ist wirklich, wir brauchen insgesamt, glaube ich, noch, wie viele Bücher? Wir brauchen immer drei Papier, also drei Zucker drauf für ein Buch. Und wir brauchen für ein Bücherregal drei Bücher. Das heißt, wir brauchen neun Zucker drauf für ein Bücherregal. Wir brauchen noch elf Bücherregal. Das heißt, elf mal neun ist neun 90. Ja, gut. Da ist noch ein bisschen was. Aber wir brauchen auch genauso viel Leder, ne? Ja, gut. Nein. Ne, doch, weniger. Stimmt, wir brauchen nur durch drei, also noch. Ja, wow, elf. Ne. Oh, das ist ein Halbmond. Weniger. Egal. Wir brauchen ja nur ein Drittel der Bücher von neun und neun und neun, also 33. Yay, Alex kann rechnen. So. Na gut, hier ist ein bisschen was gewachsen, das wirkt mich jetzt nicht so sehr. Komm, jetzt spawnt mal hier was. Und das ist eh noch unser größtes Problem, wir haben, glaube ich, aktuell eine Enderperle. Alter, Junge. Lava? Ja gut, haben wir direkt die Nimm-Unden-Hütte so mega-ultra-mega-mega-gerissen, haben wir nicht gesehen. Na gut, ich meine, hab ich gesagt, ja gut, das hab ich. Also, wie gesagt, wir werden... Ja, Leute, hör ich mal sagen, dann war's noch von dieser Folge. Und wie wir da, wie alles, ja, bei der Level-Farm, das sind wir dann in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.